Blackburns wird einfach umgefahr von der MP, er sagt keine Bescheid, das ist so eine freche Sau, oder? Cello meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Ich hab hier was richtig Süßes für euch am Start. Unser Mr. Suspect hat, soweit ich es schon sehen konnte beim ersten Reinschauen, keine Skins am Start, aber er hat eine ganz besondere Spielweise, daher auch eben der Titel. Also, man hat ja eben schon den Molly gesehen, schön auf den Mate hinter sich, klar warum nicht. Und, äh, keine Sorge, das ist nicht die erste Util, die er so lustig schmeißt. Er schmeißt hier eine, naja, mittelgute Flash, sag ich mal, die kann man mal machen. Jetzt fasst er nicht auf die Mates, aber dann doch nicht. Jetzt liegt hier vor ihm schon der Smoke. Und er schmeißt nochmal der Smoke, ich weiß nicht warum, aber ich hab ganz kurz so MK-Vibes gehabt. MK, nimm das nicht übel, ne, das ist ja so dein Teil, ne, du schmeißt den Smoke und sprayst dann vielleicht auch ein bisschen durch, was er übrigens nicht macht. Er scheint aber ganz fest jemanden zu spüren, und zwar das Kalb da drüben. Er guckt doch auf die Mates, guckt ja auch da hin, ja, okay, jetzt kommt das Kalb da durch und er zuckelt. Ziemlich krass drauf, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, dass er so draufgezogen hat oder draufgezogen ist. Ich würde bereits hier sagen, dass da wahrscheinlich eine gewisse, ähm, ja, Visionshilfe mit dabei ist. Hab aber auch nur noch diese Runde hier angeschaut. Und hier geht es auch einfach gnadenlos weiter mit seinen Nates. Also es muss wirklich der, also vom Utility Management her, ist das schon irgendwie, also er ist schon ambitioniert. Er will gern viel schmeißen, er will gern viel benutzen. Aber ist es wirklich sinnvoll? Ich weiß es nicht. Die Nate, naja gut, die hat den einen vielleicht noch ein bisschen erwischt. Der Molly ist irgendwie quark, die Flash, okay, warum nicht? Der Nate geflasht. Und jetzt noch dieses Bow. Also das ist wirklich alles irgendwie zu viel des Guten. Jetzt geht er hier rum, Achtung, passt auf. Ich glaube, hier war dann noch was. Äh, auch in Richtung Vision Assist. Da hab ich aber, da war ich in der Spule drin, genau. Denn der Gegner kommt da hochgesteppt und man hat ihn bei weitem da unten noch nicht gehört. Also er wird hier in Richtung Vision Assist gehen. Wir gucken nochmal kurz in die Stats rein. Es steht 902 für ihn. Also da ist auf jeden Fall was im Büchlein. Also das ist sehr, sehr frech. Jetzt, die Nachlautanversion hingeben, holt er sich noch den Offshort. Auch wieder ganz klar gewusst, wo er steht. Also Vision Assist ist da. Aber sein gesamtes Movement, sein Aim und eben die Utility, das ist schon ganz stark in Richtung Silber-Gold gehend. Also, ja, er braucht diese Cheats oder diesen Cheat auf jeden Fall zu 100%, sonst würde er nicht klarkommen. Wir gucken mal, was auf seinem Weg der Utility noch weiterhin so reinfliegt. Ich hoffe doch ganz fest da auf wilde, lustige Sachen, die er schmeißt. Hier sieht man auch wieder ganz klar, er weiß genau, dass hier niemand auf B steht, sonst würde er nicht so drauf gehen. Oh mein Gott, versemmelt hier sogar fast diesen Frag. Holy shit, also er ist so bad. Hier neben sich hat er keine Smoke geworfen. Molly onside kann man ja machen. Die Flasche fliegt einfach komplett auf sein Mate ins Gesicht. Und hier... Er kickt die Kills auch noch nicht mal richtig sauber hin. Also es scheint ihm wirklich schwer zu fallen. Gegen zwei möchte er übrigens nicht peaken. Kriegt das gemanagt, ja, der einen kriegt er noch weg. Also wahrscheinlich ist ja auch nochmal Amos jetzt mit am Start, weil so bad, wie er schmeißt und wie er sich bewegt und wie er pre-aimt, wird bei Kills, die schnell ablaufen müssen, auf jeden Fall nochmal eine Ame-Unterstützung da sein. Man hat es ja vorhin auch an dem Draufrichter da gemerkt auf Mitte. Und dennoch bekommt er den Frag nicht. Und der Gegner ist gerannt. Also es ist für jeden, auch ohne Cheat, theoretisch machbar, ihn zu holen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel AP er noch hatte, also unser Suspekt hier, aber das war schon wirklich... Also Lallybebel hoch 10, Monsieur. Mitte ist mittlerweile hochgelaufen. Mal gucken, ob er sein Maid Bescheid sagt. Nein. Black Pants wird einfach umgefahren von der MP. Er sagt keine Bescheid. Das ist so eine freche Sau. Und dann... Und dann hittet er noch nicht mal. Ach du Kacke. Also das ist wirklich... Macht er jetzt den oder rennt er einfach vor dem weg? Er sagt seinen Mates überhaupt nicht Bescheid, dass er da gejagt wird, dass er ein Feind ist und so weiter und so fort. Klar, ich meine, wenn er das durch diese Wand noch nicht ansagen möchte, weil er dann vielleicht sogar halt bei seinen Mates unten durch ist, von wegen, du guckst doch durch die Wände, sollte er spätestens nach dem Encounter mit dem... Nach dem Encounter mit dem Gegner halt was machen, hat der Revolver als Zweitwaffe... Oh! Also bei ihm ist ja wirklich das volle Programm am Start und ich meine nicht, was Cheats angeht, sondern was Keckelei angeht. Ah ja, gut, schön. Das war wirklich ein sauberer Kill, mein Freund. Mach mal noch einen Revolverkill, komm schon. Ich würde gerne noch eine kleine Geschichte mit dem Rollbo... Re-Re-Re-Re-Re-Re-Re sehen, dankeschön. Oh! Also das war nicht in Ordnung. Das war viel zu chillig, viel zu chillig. Ne. Ich will den Re-Re-Re-Re sehen. Komm schon, jetzt. Werd ganz wild. Jürgen. Er heißt übrigens Jürgen im echten Leben. Das ist ja lächerlich, was er da treibt. Also komm. Ja, okay. Der war jetzt halt lächerlich. Also das war Quark. Ich will was Gescheites sehen. Mach doch mal eine lustige Smoke oder sowas. Wie so ein Äffchen. Los, mach doch was Lustiges. Ja. Okay, okay. Ich weiß nicht, wo er da... Er hat einfach den Reifen geschossen. Da kommen jetzt wieder zwei Meter hoch. Zwei CTs. Guck mal auf die Map. Ja, gut. Alter! Pyramid macht einfach ein Collateral durch die Gesichter. Pyramiden-Boy hast du etwa an, du Stinker. 6-1-0. Hm, hm. Null Tode. Das ist schon sehr kritisch, mein Freund. Das ist, äh... Weiß ich jetzt auch nicht, was ich davon halten soll. Cap macht dann noch einen kleinen Kill auf Long. Der letzte ist... Äh, der vorletzte ist auf Long. Der letzte auf A. Der letzte, der vorletzte da und der letzte da. Sag mal. Heute hab ich aber echt ne Sparre ab. Will er jetzt den noch umfahren? Oh ja, ja, ja. Also, es ist wirklich so lächerlich, Monsieur. Wie man da noch... Was macht er da jetzt? Sucht sich die bessere No-Skin-AVP aus. Okay, okay. Gut, gut, gut. Gut, die haben alle keine Skins. Er hat vielleicht auf einen gehofft. Kann natürlich sein. Klar. Aber es sieht wie ne grundsätzliche Verlierer-Lobby aus hier. Gerade mit dem einen mit Null-Kills. Da schon wieder zwei Headshots reingepresst. Also, da wird auf jeden Fall auch nicht alles... Ähm, oh, ja. Okay, gut, gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier den Cut. So, und jetzt sind wir auch schon in der Bewertung. Bei Aim-Assist bin ich mir zu 98% sicher, dass das mit an war. Gerade bei dem ersten Kill und später auch noch bei einem anderen. Da es aber nur zweimal aufgetaucht ist, ist es mir dann doch zu wackelig. Vision zu 100%. Ada hat mal nichts gesehen. Griefing war auch nichts am Start. Bis auf den einen Molly da Richtung Mate. Und die Flash auf den Mate. Naja, aber da weiß man, das war nicht mit Absicht. Sondern das war sein Nicht-Vorhandenes-Können, das dafür gesorgt hat. Somit werden wir das genauso stehen lassen. Und, äh, Jalan, rein. So, da, da. Wir lösen natürlich jetzt noch das letzte Giveaway auf. Und zwar das, das in dem Daddy-Skins-Video war. Diese Tooth Fairy. Dazu musstet ihr bei dem Daddy-Skins-Video einfach nur etwas über Daddy-Skins schreiben. Also, hab ich da schon mal gegambelt. Ja, nein, kenn ich die Seite pipapo. Ich hab den Link hier bereits reingedonnert. 14 und Duplicate-Users raus. Get YouTube-Comments 31. Vielen Dank für die Kommentare, meine Damen und Herren. Ich werde dann jetzt den Gewinner ziehen. Sofern... Hey, wo ist meine Facecam? Hallo. Sofern, äh, dieser jemand dann eben auch über Daddy-Skins geschrieben hatte. Das musste man, um gewinnen zu können. Jason Sattel ist eine Legende, auf Daddy-Skins natürlich schon mal gegambelt. Aber natürlich, dank Giveaway Plus gemacht. Läuft bei dir, Kautau. Sehr schön, sehr, sehr schön. Kautau ist der Gewinner der M4A4 Tooth Fairy. Das ist übrigens diese hier. Und jetzt starten wir auch schon das nächste neue Giveaway. Und zwar gibt es hier jetzt diese leckere Stat-Trick P2000 Imperial Dragon für euch. Und wie man hier gewinnen kann, geht wie folgt. Die Frage ist, hast du schon mal auf unserem Warm-Up-Server gespielt? Auf unserem CSGO-Warm-Up-Server? Der ist in der Videobeschreibung verlinkt. Der sollte ab heute auch in jeder Videobeschreibung verlinkt sein. Wer im Stream oder in den Streams ist, der weiß bereits, dass es den gibt. Darum die Frage, hast du da schon mal drauf gespielt? Willst du mal drauf daddeln? Hau mal raus. Let's a go. Somit sehen wir uns dann im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Diese Woche, falls das Video noch... Ja, das kommt locker diese Woche noch. Diese Woche gibt es auch noch ein Knife-Giveaway für euch. Also rankommen, meine Damen und Herren. Sollte man nicht verpassen. Vielen, vielen Dank für die Likes. Vielen Dank für eure Kommentare. Vielen Dank fürs Anschauen natürlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Later.